Als ich vor über 20 Jahren hierher kam, war ich beeindruckt von der Produktivität und Effektivität der deutschen Industrie. In den 90er Jahre habe ich das Bessermachen unter Anleitung von japanischen Experten erleben dürfen und habe erlebt, trotz des deutschen Produktivitätswunders, wie viel Potenzial in den Prozessen noch schlummerte. Inzwischen konnten wir vielen Firmen der Prozessindustrie helfen, solche Programme zu installieren. Die Challenges sind seitdem nicht weniger geworden. Bessermachen kann eben noch besser gemacht werden. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, worauf es wirklich ankommt. Unsere Vorgehen beschleunigen die Rückzahlung für den investierten Aufwand. Improving continuous improvement. Improving continuous improvement. Aufwand. 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 Aufwand.